Synchron ist eine Kunstform, weil was ihr ja sowohl im Synchronbuch macht, das ist ja eigentlich die Quartatur des Kreises. Du möchtest einerseits emotional genau dasselbe erreichen, musst andere Wörter verwenden, aber musst dieselbe Silbenanzahl haben. Wird man nicht wahnsinnig? Ja, es gibt Sachen, die sind relativ leicht. Man guckt es, überlegt sich, was könnte der sagen, es fällt einem sofort was ein und das sieht toll aus. Und es gibt andere Sachen, man sitzt da und könnte fast heulen. Man überlegt, also ich habe Sätze gehabt, da habe ich nur für diesen einen Satz eine Stunde gebraucht, um den zu formulieren. Wie kann der das sagen und ausdrücken? Das Hauptproblem ist auch, es gibt im Amerikanischen dieses ständig vorkommende OK. Ich finde es immer furchtbar, wenn man eine deutsche Sache guckt und es heißt immer OK, 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 OK. Es gibt ganz viele andere Worte, die viel besser ausdrücken. Also ein OK kann natürlich ein Inordnung sein oder ein hast du verstanden oder ist das gut oder was auch immer. An anderen Stellen gibt es eine Sache, wenn einer im Englischen sagt, alright, da gibt es fast keine andere Übersetzung im Deutschen als ein OK. Also das ist pervers teilweise, was wir da machen. Und man muss auch gerade bei, wenn jemand sinnbildlich spricht oder eine Redewendung benutzt im Englischen, dieses wortwörtlich übersetzen bringt da gar nichts. Man muss sich wirklich überlegen, was ist der Kern von dem, was der eigentlich aussagt. So ist es nun mal und das ist unser Beruf. Es ist ein schöner Beruf, der aber leider nicht leicht ist. Ich habe mich vor zwei Wochen mit Dieter Klebsch getroffen, der auch sagte so, ihm ist ganz wichtig, dass die deutsche Sprache und auch die Ureigenschaften unserer Sprache erhalten bleiben und dass man eben auch im Synchron schaut, dass man wirklich die eigene Sprache verwendet und es nicht so verwässern lässt. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Also es gibt einige Dinge, die sind inzwischen, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch leider so sehr angekommen, dass viele gar nicht mehr verstehen, dass es macht Sinn wirklich einfach eine schlechte Übersetzung ist und dass es ursprünglich heißt, es gibt keinen Sinn. Es ergibt auch gar keinen Sinn. Es ergibt auch gar keinen Sinn, es macht Sinn zu sagen, weil es sieht labialtechnisch wunderbar aus zu sagen. Es ergibt Sinn, weil Make Sense funktioniert. Es gibt auch eine Sache, die finde ich problematisch. Ich sehe schon einen Unterschied zwischen, das ist meine Arbeit und das ist mein Job. Wenn ich einen Teenager habe, der irgendwie an einer Tankstelle jobbt, dann kann der sagen, hey, es ist nur ein Job. Wenn aber einer in einem Büro arbeitet oder in einer Anwaltskanzlei und studiert hat, um das zu werden, wenn der sagt, ach, es ist nur ein Job oder wenn der sagt, es ist mein Job, dann denke ich immer, nein, es ist meine Arbeit. Also da muss man immer sehr aufpassen, dass man das nicht verwässert. Was ist so die Arbeit, wo du sagst, das ist das Beste, die beste Synchronarbeit, das beste Synchronbuch? Ich finde Rocky, der erste Rocky-Film mit Sylvester Stallone, ist eine der besten Synchronfassungen, die ich kenne. Wenn man sich den Film mal nebeneinander stellt, zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung, da ist so haarklein genau drauf geachtet, dass die verschiedenen Charaktere andere Sprachstile benutzen. Da wurde sich noch Gedanken drüber gemacht, wie kann man das noch besser, noch näher ans Original ranbringen. Das ist eine unglaublich tolle Synchronfassung. Das zu einer Zeit, wo viele Synchronen noch so ein bisschen, naja, und wenn der Football sagt, dann können wir ruhig Fußball sagen und so. Da gab es noch einige Sachen, da wurde dann teilweise auch noch Bullshit mit Bullenscheiße übersetzt. Also das ist wirklich sehr mysteriös, manchmal was aus den 70ern kommt, aber ich finde, Rocky ist eine ganz tolle Synchronfassung. Und es gibt eigentlich in jedem Jahrzehnt ganz großartige Synchronfassungen, die ebenbürtig sind mit dem Original und teilweise sogar in der deutschen Fassung, ich will nicht sagen besser, aber nochmal die Emphase anders setzen. Sehr schwierig ist es natürlich mit allem, was im Original mit dem Unterschied Deutsch-Englisch arbeitet. Jeder zweite Weltkriegsfilm, der irgendwann mal auf deutschem Boden landet mit deutschen Soldaten oder deutschen Leuten, die befreit werden oder so, ist immer ein Problem. Fremdsprachen sind immer... Was ist zum Beispiel mit Narkos? Wie findest du diesen Ansatz, dass die Jungs einfach Spanisch reden? Super und toll. Ich habe bei Heroes mitgesprochen, da hatten wir sogar das Problem, dass der Sender der Meinung war, ich habe den Freund von dem Helden Hiro gesprochen, da gab es ganze Passagen, wo die sich untereinander in Japanisch unterhalten, das war im Original untertitelt und dann wurde gesagt, nee, wir synchronisieren mal lieber alles mit den Untertiteln, da sind wir nicht so gewöhnt und das ist sozusagen einfach nur die konsequente Weiterentwicklung. Klar, wenn ich schon diesen Sprachunterschied habe, Englisch, Spanisch, dann muss ich mich irgendwann mal entscheiden und sage, gut, das Englische wird Deutsch und das Spanische bleibt Spanisch. Ich bin ein?